So, ich hab's auch gesehen. Ich hab's auch gesehen. Redige die Hafenwäsche da. Ach, Tyrogs, du machst das schon. Wir kriegen das gut geschrieben. Aber wirklich? Ja, bei dir fallen die ja viel schneller als bei uns. Ach, ich hab's schon gesehen. Und zu dem Landesteg, um zu... Ding. Steht bei mir jetzt oben rechts, um nach Al-Qua noch rauszukommen. Das ist wahrscheinlich zu voll. Das hier, das hier. Kriegst du's hin? Ja. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go, Leute. Irgendwie steh ich hier rum. Ihr betretet das Ding. Da sind sie gerade alle. Alone. Ach. Nur alleine benutzen. Also aus der Gruppe raus. Aus. Gruppe verlassen. Ja, gut. Wo bin ich? Kämpfen! Oh, da ist doch ein Spezialist. Oh, da ist doch ein Spezialist. Oh, da ist doch ein Spezialist. Ich gucke wie lange der noch so ein Spezialist hat. Ja, da fällt es da oben an. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Da ist er verbrannt. Ja, da bin ich jetzt auch. Ich muss mal an den Sachen im Außen im Inventar werfen. Wo ist die alte? Du brauchst, dann musst du durch so ein Tor. Naja, ich bin ja hier am Tor. Achso. Na so. Ja, rechtskrieg. Ich hab mit Leertaste wollte ich das Tor. Du siehst immer auf der Minimap, wo die so etwa zum blauen Kreis halt. Naja, den blauen Kreis sehe ich immer erst später. Dabei bin ich schon komplett rausgesucht. Ja, auf der Minimap oder auf der Map. Ja, klar, aber ich hab nur... ...und das kleine Map-Zymbol benutzt. So. Ohne zu vergrößern. Oh. Ähm, finish is this bla bla bla. Da ist aber Laborleiter Auditur, oder wie die heißt. Oh, wenn ich die Schlüssel bis hier zu rinden... Ach, grad so kaum. Freit den Forsch... ...für frei zu Forschung zu zeigen. Oh, Leute, ich bin fast down. Sag mir doch mal Männer. Das weiß ich ja nicht. Nee, bei mir mal was süßes Essen hier auch. Auch wenn ich das Mikro schmatze. Äh. Okay. Euer Ziel ist nicht zu finden. Äh. Warte mal. Hä? Ach, ich muss hier rum. Wo ist die Alte denn? Die wird mir hier drin angezeigt. Ja, du musst das Reagenz-Kaste stören. Gut. Das war's. Ja, das war's. Wo ist der jetzt hin? Sag bloß, der muss ich da noch beschützen. Nee. Ja. Da ist er. Das ist Philumbra. Ähm. Einmal lesen. Hab ich. Ähm, du brauchst einen mega hellen Trank. Aber da war doch noch irgendwas. Ich muss diese Schlüssel-Troller bekämpfen. Mhm. Okay, mit dem Quest für uns auf sofort. Wow. Oh. Hier geht's aber gar nicht weiter, was gezeigt wird. Ja, ich muss jetzt beendet die Mission in den... ...gericht abschlippen. Ja. Ihr seid zu weit weg. Oh, wie war's denn da? Oh, was ist die? Oh, wie machst du's? Puh. 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 Irgendwie muss es hier durchgehen. Puh. Du hast jetzt die Schlüssel-Troller auch getötet. Nein, ich weiß nicht wo die ist. Ach, die ist auf der anderen Seite. Hä? Ach da! Oh, sag mir das doch, Ena. Ich bin hier dem Tode. Na. Ja. Ähm. Heiltrank gönnen. Wieso hab ich eigentlich wieder so nahe reingescolt bei mir? Da ist er. Ich bin hier. hehehehe ah schön, heute ist der Freitag Ja. Mhm. Ohhhh. Oh Gott. Ah, ok. Schlüssel. Du musst dann in das Quest und dann zuvördiger blicken. Ich hab's ja auch erst jetzt rausgefunden. Äh, wir enden die Mission, indem ihr auf Quest fährt. So, ja, das weiß ich noch. Aber ich komm hier hinten in die ehene Tür noch rein. Ins Geheimding, wo irgendwas dahinter ist. Wo sich die Wand so öffnet. Hm? Heiligtum, äh, auf welche Solle bist du? Heiligtum der Dunstwurms. 1000. Ja, da weiß ich tatsächlich nicht. Äh. Äh. So, irgendwas hab ich bekommen. Kriegsohrringe. Ja. Oh. Ah. Äh, vernichtet hohe Priesterin Esras. Gesundheit. Oh, wie viel ist das? 1, 2, 3, 4, 5 Idioten sind hier gegen die ich vorher kämpfen muss. Äh. Gucken ob ich die ausdrückse. Ich bin Gnom. Ja, das war ich vorhin auch. Äh. Ich muss einen Heiltrank reinpfeifen. Ist das immer der Wichtigste. Ich hasse dieses Fach. Äh. Hier drinne gibt's nichts mehr. Aber es gab eine Kiste für mich. Funguswein. Lederhandschuhe der Erde. Und uralte Waffentruhe. Oh, schöne Schwerte. Gut, da hab ich mal ausgetauscht. Ausgangs. So. Ähm. Eins. Zwei. Hat schon seine Richtigkeit. So. Jetzt, äh. Fast die Drohle. Jetzt auch. Dann hast du das Porto. Nein. Ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich kämpft er noch. Ich bin gerade am Ausritten dieser komischen Bibliothek da. Hä? Äh. Äh. Dieses. Äh. Forschungs. Ach so. Sollen wir hier draußen auf dich warten? Ja, ich glaube es sind voll. Okay. Meine Falke ist so gerade zu Ende. Kümmer mich noch kurz um mein Tierchen. Schön würsten. Und hat wieder ein Geschenk über dem Kopf. Und ich krieg ein Geschenk. Ach. Hihi. Ähm. Okay. Ich muss erst mal ein bisschen was verkaufen. Ich habe eindeutig zu viel im Momentar. Muss wieder so ziemlich eine Ringe bekommen. Ja, genau. Dann ist die Folge jetzt hier auch erst mal beenden.